Ja, genau. Im Grunde sagt jetzt einfach nur, dass er supergeil ist und wir sind eher nicht so supergeil und deswegen will er uns jetzt verhauen. Achso, man kann auch sagen, dass man nicht kämpfen will. Achso, nee, kann man nicht. Okay, das ist nur ein, ich gehe noch mal schnell heilen. Zeitverzögerungsantwort. Ist das eigentlich gerade so eine Zelle in der, in der, in der Zellteilung gefangen? Monozyto, wahrscheinlich, ja. Nicht sehr effektiv, na, wird schon reichen, oder? Ja, effektiv genug. Hey, ich sehe gerade, irgendwie hat meine Anzeige vorher überhaupt nicht funktioniert. Aber falls ihr noch dabei seid, an Dark Official Schlaftablette und Peppled Pepper, danke fürs Followern und schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe es vorher gehört, aber mir hat es nichts angezeigt. Und plötzlich macht es Plopp und zeigt mir jetzt die Events der letzten Stunde oder so. Ich glaube wirklich, dass er uns jetzt besser gebracht. Er schläft nicht mehr die ganze Zeit. Vorher war er nur am Pennen. Ach ja, ich wollte gerade sagen, Pognita passt jetzt gar nicht zu seinen Pokémon, die er hat. Aber das Pognita ist ja, glaube ich, auch jetzt ein Feen. Pognita, die Version. My little Pognita ist es jetzt. Das ist jetzt aber das letzte. Okay. Puh! Lächerlich. Aber leider hat jetzt unser Käfer keinen Bock mehr auf Kämpfen, merke ich so. Ihm reicht's. Ja, er macht noch mal seinen Antwort. Das ist nett für mich. Sehr schön. Kein Mensch braucht auch wieder. So, hau einfach ab. Keiner mag dich. Die Suche läuft immer noch. Schade. Ich würde jetzt gerne den nächsten Wunderttausch, bevor wir wieder kämpfen, aktivieren. Solange rotiere ich. Das da unten, der Pokéball, der da im Eck zu sehen ist, ist übrigens ein Pokémon. Das ist so eine Falle. Wie so eine Bärenfalle sieht das aus. Das beißt einem dann das Bein ab. Dann ist mal Game Over. Oder so ähnlich. So. Gummiente. Mach's gut. Gummiente kommt jetzt zu Yuki. Schauen wir mal, was Yuki uns dafür gibt. Einen Pilz. Einen Pilz. Lamellux. Der ist aber, glaube ich, eine Entwicklungsstufe von irgendwas. Der muss hochleveliger sein. Das ist kein Level 1er. Ein Level 43 Pokémon. Das gehorcht uns noch nicht. Aber ich könnte aus Trainingszwecken jetzt vielleicht absichtlich auch die niedrigleveligen mitnehmen. Wobei, Level 30, das ist schon okay eigentlich. Ja, stimmt schon. Level 30 ist eigentlich schon jetzt ein adäquates Pokémon für mich. Das ist nicht mehr... Bis wann? Bis 40, gehorchen sie mir, oder? Im Grunde, genau. Alles unter 40 kann ich jetzt einfach wirklich mitnehmen. Auch echt zum... zum Trainieren. Na dann kämpfen wir mal gegen Bauarbeiter. Ähm... Bob, nehm ich an. Martin. Ach so. Fast. Das ist auch so ein seltsames Fokus, oder? Ne, 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 ne Lohre. Gefüllt mit glühender Kohle oder so. Keine Ahnung. Heißt auch Waggon. Ach, da hatte sonst nix. Nur sein Waggon. Ist die Kohle fest mit dem Pokémon verwachsen, oder kann man die rausnehmen und irgendwas anderes da hinten reinschaufeln? Frag ich nicht. Uh. Das war knapp. Hoh... 5 Pokémon kaputt. Und dann muss ich mir eh was Neues einfallen lassen. Dann müssen wir wahrscheinlich ernsthaft kämpfen. Noch ein Pack die Balken. Sehr schön. Noch zwei, vielleicht sogar drei Orden. Bis wir den wirklich benutzen können. Oh, Klaue. Ah, bin wir all schon wieder. Ja, komm. Lass uns einfach unseren Doppelkampf hinter uns bringen und fertig. Okay, die streiten jetzt im Grunde nur wer cooler ist und von wem der Fan ist und so weiter. Mehr ist da inhaltlich nicht in diesen Dialogen mit Team Gell. Okay, mal schauen. Mal schauen, ob mein Käfer... Oh, oh, wirkungslos. Oh, oh. Moment mal, das kann doch nicht gegen beide wirkungslos sein. Doch, kann es. Na dann. Was mache ich denn dann? Jetzt schicke ich ihn rein. Traue ich mich? Traue ich mich jemand anders? Ich traue mich. Die 25 muss reichen. Doppelkampf ist immer gefährlich. Könnte sein, dass mich beide jetzt angreifen. Und dann hat man immer gleich ein Problem. Okay, Sandwirbel ist lästig, aber zumindest nicht tödlich. Und der Rupenschlag ist mir komplett durch. Sehr gut, jetzt mit der Challenge sollte man so eine gesenkte Verteidigung auch nicht unterschätzen. Ähm, was ist denn so eine stärkste Attacke? Einfach nur. Die hier hat immer noch 100% Genauigkeit. Und nimmt die Beere, falls eine vorhanden ist. Na dann. Senkt unseren Angriff. Na. War noch gut genug, der Angriff, würde ich sagen. Was erst Hopfer prügeln. Kann man das machen? Oder wie? Und dann kämpft man alleine gegen die beiden. Geht das wirklich? Ist das wirklich eine Option? Äh, was hauen wir denn raus? Weißnebel. Oder ist es sehr effektiv? Ja, es ist sehr effektiv. Was? War genau. Das ist gut. Ich meine, Hop spielt nicht nach dem, nach dem, nach dem Wunderlock Challenge Regeln. Der kann seine Pokémon heilen, wenn sie sterben. Ah, wir aber nicht. Nein, komm schon. Das ist nicht nett. Ah, ich nehme ihn lieber raus. Weil seine Verteidigung auch schon gesenkt wurde. Ich schicke ihn lieber vor der Boot rein. Hey, nicht auf der Boot eingreifen. Unfair. Oh oh, wohl die Herze erwischt. So. Okay. Kann mir jetzt mal irgendjemand Geradax fertig machen? Er ist so gut wie gesiegt. Das gibt es doch nicht. Dankeschön. Ah, zum Glück ist die nicht stark, die Attacke. Ah, so oft trifft es doch gefährlich. So, ich glaube, ich werde jetzt mal einen Trank benutzen. Vorsichtshalber. Aber die Kratzfuhre gerade war doch ein bisschen viel. Es ist schon cool, diese Challenges. Man spielt halt einfach ganz anders. Ich meine, wir haben jetzt den Supermörderkäfer bekommen. Der macht das alles ein bisschen kaputt. Aber dass man jetzt wirklich drauf achten muss, dass seine Pokémon nicht K.O. gehen, weil sonst sind die weg. Das ist schon echt cool eigentlich. Und dass man auch keine Neuen fangen darf. Natürlich. Das macht schon interessant auf jeden Fall. Nee, komm. Jetzt können wir einmal angreifen, würde ich sagen. Sehr gut. Der hat nämlich keine Pokémon mehr. Jetzt haben wir noch den Einsiegner. Der Pam-Pam. Das wäre beinahe ins Auto gegangen. Das wird mir zu bunt hier. Das wird mir zu gefährlich. Das soll jetzt der Rabe von meinem Hop-Begleiter machen. Den Pam-Pam besiegen. Ich spiele Tank für ihn. Oh, schade. Nicht ganz. Aber ein sehr effektiver Vollkraft war schon mal gut. Ja, den kannst du langkicken. Das ist super gut. Was habe ich denn eigentlich so für... Ich müsste dem mal irgendwelche Attacken lernen, die nützlicher sind wie... ...Ganillentier hier. Oh nein, aber dieses Ziel direkt nach dem Handeln. So lange der... Was soll das überhaupt? Was ist das überhaupt? Hopp! Oh nein. Ah ja, tatsächlich. Ich kann da meinen Verbündeten dazu bringen, dass er sofort angreift und nicht erst warten muss. Na immerhin. Dann macht das für Doppelkämpfe ja sogar Sinn. So. Den haben wir es gezeigt. Diesmal heilt er nicht mal unsere Pokémon, oder wie? Was für ein Arsch. Was für ein Egoist. Achso, doch. Okay, danke. Schauen wir mal, dass wir hier rauskommen, ohne noch ein Pokémon zu produzieren. Und... Ein Trainer werden, glaube ich, noch produzieren müssen. Der bahnenangestellte Manfred, was macht denn der hier? Ein Druckwurf-Trenn hier, warte die Sichtig. Es ist so cool, wenn der seine Psychokinese einfach macht, einfach protestlos seine Psychokinese macht. Es ist so schön. Und alles One-Hit-Kick. Ein Onyx. Er hat beneidigt den Ballangestellten schon ein bisschen, muss ich sagen. Ein Onyx hätte ich auch gerne. Das ist schon ziemlich cool. So. Hat sich ausgeurigst. Und Manfred ist besiegt. Find ich gut. Nehmen wir noch Sandgrab mit. Ich könnte echt mal schauen, ob unser Käfer... Oh, das mach ich jetzt schnell. Vielleicht kann unser Käfer irgendwas von den TMs lernen, damit der ein paar andere Angriffe hat, außer nur diese 10 Psychokinese. Was haben wir denn da? Gegenstoß. Der Anwender lädt die Attacke auf. Find ich nicht gut. Sternschauer. Ach, Sternschauer. Ich mein, Sternschauer trifft immer. Das ist... Aber kann er gar nicht lernen, hat sich schon erledigt. Nee, das Einzige, was er lernen kann, will ich ihm nicht lernen. Dann... dann halt nicht. Der Feuertrainer hat auch ein Problem mit seinen Fans. Wie alle anscheinend. So. Und den konnte ich mich ehrlich gesagt jetzt gar nicht mehr erinnern. An alle anderen Trainer schon, den hab ich eben komplett vergessen. Aber der joggt halt auch den ganzen Tag nur komisch rum und hat Feuerburg gemacht. Der kommt auch nicht vor mehr, glaub ich. Die meisten Trainer haben irgendwie ein bisschen größere Rollen. Tauchen immer wieder auf und so. Ja, glaub ich, nicht wirklich, oder? Ah ja, mit Poké-Jobs kann man irgendwie noch Geld verdienen oder so. Blablabla. Neues Gebiet. Neue Route. Neue Straße. Lass mich mal auf die Karte gucken. Ähm... Was ist denn das? Energie-Ostrand. Was? Engine... Engine-Ostrand. Ach so. So heißt die Route hier. Das ist Engine-Ostrand. Okay. Von mir aus. Dann muss ich mal kurz das in die Liste eintragen. Moment. Das wie jetzt in... Galamine 2. Galamine 2. Galamine 2 haben wir jetzt quasi unser Pokémon auch schon gefangen. Hier könnten wir jetzt noch eins fangen. Aber, weil es jetzt genau 11 ist, speichern wir jetzt und machen für heute Schluss. Würde ich sagen. Morgen... Ne, nicht morgen. Was rede ich denn? Am Donnerstag geht's dann weiter mit The Sinking City. Und... Ähm... Ja, am Dienstag dann auch wieder. Pokémon... Die Pokémon-Challenge geht dann erst übernächste Woche, übernächsten Dienstag quasi wieder weiter. Bis dahin ist jetzt erstmal wieder The Sinking City angesagt. Da geht's dann... Genau, wir sind gerade dabei den Fall von dem vergifteten Fisch zu lösen. Beziehungsweise müssen wir jetzt dann die Einwohner oder die Verteiler des Fisches erstmal warnen, dass der vergiftet ist. Das alles am Donnerstag dann um 19 Uhr. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und... Eine schöne, gute Nacht wünsche ich euch jetzt noch. Macht's gut. Ciao.